Was ist die Behandlung mit Medikamenten? Was ist die Behandlung mit Medikamenten? Die Immuntherapie-Medikamente, die wir heute einsetzen, setzen genau an diesem Mechanismus an. Ziel ist es dabei, den Tumor quasi wieder zu enttarnen, die Tumorzellen für das Immunsystem wieder erkennbar zu machen und damit das Immunsystem in die Lage zu versetzen, gegen diese Tumorzellen aktiv zu werden. Die modernen Immuntherapie-Medikamente werden derzeit bei Patienten mit weiter fortgeschrittener Lungenkrebserkrankung eingesetzt. Also bei Patienten, die bereits Metastasen im Körper aufweisen. Das Ziel der Therapie ist es dabei, diese Erkrankung möglichst weit zurückzudrängen und letztendlich auch über einen möglichst langen Zeitraum im Körper in Schach zu halten. Was diese beiden Therapieziele betrifft, haben die Immuntherapie-Medikamente dramatische Fortschritte in der Behandlung für diese Patienten gebracht. Die Zielsetzung für die Zukunft wird es aber auch sein, die Immuntherapie in früheren Krankheitsstadien einzusetzen, wo wir nicht nur das Ziel haben, eine Krankheit zu verzögern oder über möglichst lange Zeiträume unter Kontrolle zu halten, sondern wo es unser Ziel ist, einen möglichst großen Prozentsatz der Patienten auch dauerhaft von dieser Erkrankung zu heilen. Die Studien zum Einsatz der Immuntherapie in diesen früheren Krankheitsstadien sind derzeit am Laufen. Die Ergebnisse werden in den nächsten Jahren erwartet, sind zum Teil schon da. Und auch hier, denke ich, ist die Immuntherapie als Therapiekonzept äußerst vielversprechend und wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer weiteren großen Verbesserung der Prognose für unsere Patienten führen. Im Vergleich zur traditionellen medikamentösen Behandlung von Tumorerkrankungen, also im Vergleich zur Chemotherapie, hat die Immuntherapie zwei ganz entscheidende Vorteile. Einerseits weist sie im großen Durchschnitt eine wesentlich bessere Verträglichkeit auf. Das heißt, es treten unter einer Immuntherapie weniger Nebenwirkungen auf als unter einer Chemotherapie. Und der zweite wesentliche Unterschied ist, dass die Wirkdauer einer Immuntherapie im Durchschnitt wesentlich länger ist als unter einer Chemotherapie. Tumoren lernen sich gegen Therapien zu wehren. Sie werden, wie wir das nennen, resistent gegen eine Behandlung. Und diese Resistenz tritt im Durchschnitt bei Behandlung mit einer Chemotherapie wesentlich rascher auf als mit einer Immuntherapie. Es gibt einen Teil der Patienten, der durch eine Immuntherapie wirklich über viele Jahre sehr gut krankheitskontrolliert bleiben kann. Und das ist etwas, was mit der Chemotherapie in früheren Zeiten in dieser Form nicht möglich war. Amen.